Wie verändern unsere Turing-Maschine, die ursprüngliche Definition, an einer einzigen Stelle? Genauso wie wir das bei den endlichen Automaten gemacht haben. Also aus der deterministischen Turing-Maschine, wo wir einen Viertuppel hatten, bestehend aus Zuständen, aus einem Bandalphabet. Wir hatten eine Übergangsfunktion und ein Startsymbol. Aus dieser Übergangsfunktion wird jetzt wieder eine Übergangsrelation. Statt jetzt nur einen Übergang aus dem Tuppel-Zustand und Zeichen zu haben, haben wir jetzt eine Folge von Zuständen. Genauso wie wir das hier eben in dem Beispiel gesehen haben. Hier bei dieser Maschine. An dieser Stelle beispielsweise haben wir jetzt, wenn wir in einem bestimmten Zustand sind und wir lesen ein A, dann können wir entweder hierher gehen oder wir können halt hierher gehen. Also von der Idee her genau das gleiche, was wir bei den endlichen Automaten auch gemacht haben.